Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Denk das! Präzision geht vor Tempo! Alles klar! Komm! Nächster! Nächster! Goh! Goh! Los, der Sieg! Oh ja! Hinten! Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Sieh mal. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Über uns! Etwas bricht durch die Mauer! Etwas bricht durch die Mauer! Los! Geht das nicht! Lass mich los, du Bestie! Jetzt geht's gut! Das war's für heute. Sieh mal! Hier oben ist eine Öffnung! Äh, hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Was ist das? 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 Warum hat dich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. So kommt man also hier runter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Saturdayauer ist D readers an der Katapur. Wir gehen also。 Ciao! Wann kommt? Wann macht er nicht den? Was ist das? seguir Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Wir müssen wohl wieder da rauf. Aber wie? Folge mir. Vorsicht, Vater! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieh her! Da steht, er heißt Runge. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da! Runge mir das Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Ich schätze ihn. Ich schätze ihn. Nichts! Sieht aus. hier diese sprache habe ich schon mal gesehen wenn wir auf menschen treffen als du dich raus verstanden du hältst dich raus junge sprech nicht mehr davon ja 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 Säge weit! Oh, der ist, nee! Come se! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Was ist das da drüben? Was ist das da drüben? Was ist das da drüben? Was ist das? 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 Achtung! Feuer! Tapfer, Junge! Was ist das? Sehr gut! All diese Toten, ist es da drüben sicher? Glaubst du hier draußen ist es sicherer? Was stinkt hier so? Jetzt! Was sind das Hellläufer? Sie sind unberührt, sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage, ohne Fleisch! Fleisch? Ähm, wir? Hinter mich! Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten, ihr Fleisch abschaben! Immer nur ein bisschen! Diesen Kampf kämpfe ich allein! Und dann! Wunder getötet! Wunder! Bere! Wie ist das? Atheos! Atheos! Yunga? Atheos! 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 Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Warte hier. Ich erledige das. Ich erledige das. Ich erledige das. Sie kam zurück. Sie kam zurück. Es ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Hier. Die Kette. Lass die Kette runter. Mach ich. Die Kette. Ich weiß. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment. Nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal... naja, durchatmen. Na los, komm. Ich bin bereit. Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Geh auf und beweg deinen Arsch. Ich werde deinen Drill verpassen, wenn du dich nicht bewegst. Komm schon. Wo wartest du? Jetzt komm endlich. Mach schon. Auf geht's. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Bumm! Du hattest recht. Hey! Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße. Also hab ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logge. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Ah, Digger, Big, Ja, Dumber, Bagrauf. Das war das Zeichen von meinem Bruder und ihr, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Dann mal an die Arbeit. Das ist ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung. Soll ich was basteln? Ich habe Spaß. Dann mal an die Arbeit. Darf es sonst noch was sein? Ich hoffe, du bist zufrieden. Hehehehe. Hehehehe. Etwas für den Jungen? Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los! Schleudere deine Axt! Ist das jetzt einfach mehr als für mich? Solange du nichts mehr beruf machst! Ich habe das jetzt! Ich habe das jetzt nicht für mich. Ich habe das jetzt. Ich habe das jetzt schon gewinnert. Ich habe das jetzt schon gewinnert. Und wer ist das, wenn du nicht geht? Ich habe das jetzt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Komm. Fee passt da drinnen gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht drauf gehen. Hier lang. Ähm, sieht ja einladend aus. Warte da. Warte da. Warte da. Wie sagt ihr, jägegnet? Ich kann doch nicht! Ich kann los! Ich brauche mein Fall! Ich brauche mein Fall! Jetzt, Tove! Komme! Warum bist du denn nicht müde? Ich wusste nicht, ob wieder heil rauskommt. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Oh! Heel ihn. Wow, so nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Yuma. Zieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein, wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Hm, vielleicht ist sie irgendwo ein Hinweis. Sie drehen sich. Das hat sich noch nicht getan. Ich sehe Runen. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kindslos. Es ist was passiert. Es ist was passiert. Hat geklappt. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben. Aber noch froh, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Mach dich bereit! Noch mehr Zeit! Lass uns! Wunder! Oh Gott! Lothar! 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 Desi nido!